Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight auf dem Macmillan-Anwesen im Kudelager mit unserer Lori. So, wo haben wir denn hier einen Jen? Oh, hallo Bill. Sollte ich so kühn sein und direkt dort hineingehen? Oh, ich glaube, es ist die Jägerin. Es ist die Jägerin. Wieso habe ich das Gefühl, dass die Jägerin nur steht? Okay, doch nicht. Der Ruf wird lauter. Ah, jetzt wird jemand gejagt. Der Bill wird gejagt. Oder auch nicht. Sollten wir jetzt etwa eine Runde erwischt haben, wo der Killer nur steht? Nee, sie geht... Also, jetzt ist das Lied weg. Okay. So, dann wird das ja mal eine entspannte Runde. So, hinter diesem Baum ist noch ein Toten. Ah, da läuft die Jägerin. Also, ich finde, ich bin hier voll im Tannenmodus. Oh, Mann, stimmt. jetzt auf einmal diese richtung Das muss ich für das nächste Totem. Hier muss das Totem sein. Jawoll, hier ist ein Totem. Macht die Jägerin jetzt nur sporadisch was? Jetzt sind alle vier Leute. Jetzt zeigen wir uns mal. Hallo? 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 Kommen sie zum Rück? Oh! Balanced Landing, Baby! Nochmal? Nochmal? Lalalalala Okay, bleibst du da jetzt stehen? Okay, dann muss ich wohl den anderen Ausgang suchen. Na ja, ich hab's ja einmal geschafft. Tada! Und tschüss! Entspannte Jägerin, muss ich sagen. Leider hat sie mir nur einmal gegönnt, den Sprung aus großer Höhe, während ich gejagt werde. Aber besser einmal als keinmal. Und ausgangsweise haben wir mal alle überlebt. Die Runden davor waren ja katastrophal. Ja, Klassenfortschritt leider. Plus Null. Oh, die Jägerin hatte nichts dabei. Und dafür nur so wenig Punkte. Nun gut. Ja, das soll's gewesen sein. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen, auch wenn sie etwas unspektakulär war. Ich würde mich über ein Abo freuen, damit ihr solche Folgen von mir nicht mehr verpasst. Und ich hoffe euch beim nächsten Mal auch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!